Wie meint sie jetzt? Wie meint sie jetzt? Aber ich darf sie zeigen, oder? Ich darf sie zeigen, oder? Was? Was? Aber ich wollte sie auf dem Balkon zeigen, Baba! Das darf ich doch, oder? Das darf ich dir doch, oder? Ja, habe ich gesagt. Du stellst dich für jedes bisschen an. Ich will dich nicht an. Ich will dich nicht an. Ich will dich nicht. Weißt du... Wenn du für mich nicht mehr aufpassen willst... Will ich doch. Ich habe aber vorher wirklich nichts gemacht. Kannst du bitte checker Venusstern? Nein, wirklich nicht. Dann hätte ich dir schon Bescheid gegeben. Hattest du um viertel nach acht, halb neun auch geguckt? Ja, da war nichts. Es war bewölkt. Nochmal. Nein, du hast die ganze Zeit am Handy gespielt. Du hast die ganze Zeit solitär gespielt. Du hast die ganze Zeit scheiß solitär gespielt. Ich habe kein solitär gespielt. Ich habe was gelesen, aber kein solitär gespielt. Du hast aber nicht darauf geachtet, was draußen ist. Doch, habe ich runter. Und du schlagst wahrscheinlich, die war die ganze Zeit unten gewesen. Nein, die habe ich oben gehabt und dann wieder runtergezogen. Und dann wieder runtergezogen. Ist die jetzt doch Opeln? Nein, die habe ich jetzt wieder runtergezogen. Was soll die jetzt oben? Ich will die jetzt doch nicht ins Bett. Ist die Schlafseischolle sie jetzt doch oben? Ist diese Schlafseischolle sie jetzt doch oben? Was? Ist diese Schlafseischolle sie jetzt doch oben? Wenn ich fragen darf. Was? Was? Das war vorher nichts zu sehen. Ich meine um acht Uhr viertel nach acht halb neun. Nein, da war gar nichts zu sehen. Ist nicht wahr. Dann hätte ich dir ja schon längst Bescheid gegeben. Erst um Viertel vor neun, neun Uhr. Ja. Da habe ich das aufgedrückt. Du hast aber um Viertel nach acht halb neun gar nicht geguckt. Momma. Habe ich wohl. Du hast um Viertel vor acht halb acht auch nicht geguckt. Habe ich wohl. Ich hätte wirklich geguckt. Du hast um sieben Uhr Viertel nach sieben, halb acht, Viertel vor acht, acht Uhr auch nicht geguckt. Ich habe nicht voll geguckt. Jede Viertelstunde geguckt. Ich habe Hose geguckt. Ist nicht wahr. Jede Viertelstunde geguckt. Ich habe Hose geguckt. Mehr sage ich nicht dazu. Ich frag, du jede Viertelstunde geguckt, jede Viertelstunde? Also um halb sieben, Viertel vor sieben, sieben Uhr, Viertel nach sieben, halb acht, Viertel nach acht, acht Uhr, Viertel nach acht, halb neun, das geguckt, richtig? Die Uhrzeiten, die ich jetzt gesagt habe, halb sieben, Viertel vor sieben, sieben Uhr, Viertel nach sieben, halb acht, Viertel vor acht, acht Uhr, Viertel nach acht, halb neun, Viertel nach neun, richtig? Also nochmal, halb sieben, viertel vor sieben, sieben Uhr, viertel nach sieben, halb acht, viertel vor acht, acht Uhr, viertel nach acht, halb neun, da hast du geguckt gehabt, überall geguckt, da hast du überall geguckt gehabt, da hast du überall geguckt, da hast du überall geguckt, da hast du immer rausgelaufen in die Schlafzimmer rein, ne, und hab geguckt. Du hast das Fenster komplett aufgemacht? Ja. Oder hast du so aus dem Fenster rausgeguckt gehabt? Nein, sealant auch drauf gehabt. Komplett aufgemacht und herausgeguckt? Ja. Also nochmal, halb sieben, viertel vor sieben, sieben Uhr, viertel nach sieben, halb acht, halb acht, viertel vor acht, acht Uhr, viertel nach acht, viertel nach acht, viertel nach zw Transfer 15, viertel nach acht, viertel nach acht, halb neun, und halb neun, und um halb neun, und halb neun, um halb neun, um halb neun, um 20.30 Uhr, um 20.30 Uhr, um 20.30 Uhr, um 20.30 Uhr, um 20.30 Uhr. Halbe Stunde vor 21 Uhr, halbe Stunde vor 21 Uhr, halbe Stunde vor 21 Uhr. Da auch? Ja. Da war bewölkt, richtig bewölkt. Und dann ab 20.45 Uhr, 20.45 Uhr, Viertel vor neun, Viertel vor neun, und dann ab 21 Uhr, 21 Uhr, hat er sich aufgeklärt gehabt, hat er sich aufgeklärt. Hat er es sich aufgeklärt gehabt, hat er es sich aufgeklärt. Hat er es sich aufgeklärt, hat er es sich aufgeklärt gehabt. Hatte er es sich aufgeklärt gehabt? Hatte er es sich aufgeklärt? Hatte er es sich aufgeklärt? Hatte er es sich aufgeklärt gehabt? Hatte er es sich aufgeklärt gehabt? Richtig? Wieso, es kommt doch wieder Wolken, sehe ich. So nicht mehr lange zu sehen. Aber ich verstehe dich. Ich habe dich doch mit dem Namen korrigiert gehabt. Trotzdem hast du gesagt, nein, ich habe dich gemeint. Ich meinte dich damit. Ich habe das vor Frust gesagt, aber ich habe dich nicht gemeint. Ich habe den Typen gemeint. Den Namen hast du nicht gesagt gehabt, gebe ich zu. Den Namen hast du nicht gesagt? Aber wo ich dich überhaupt in den Nachkuchen geben wollte, um helfen wollte, dass wir trotzdem recht geben müssen. Ich habe dir recht gegeben, das ist nicht wahr. Und wieso hast du trotzdem gesagt, nein, ich habe dich gemeint, ich meine dich jetzt damit? Dich? Nein? Dich? Dich? Nein? Du? Du? Nein? Du? Du? Nein? Dich? Dich? Wieso? Wieso? Wo du trotzdem den Namen hinterher gesagt hattest, richtig? Wo du trotzdem den Namen hinterher gesagt hattest, ne? Wo du trotzdem den Namen hinterher erwähnt hattest, ne? Wo du trotzdem den Namen hinterher erwähnt hattest, ne? Der Herr, 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 der 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 Herr, ne? Der Herr, Herr, der Herr, der Herr, der Herr, der Herr, der Herr, richtig? Ja. Hattest du mich dabei geguckt, ob du gesagt hast? Nein, ich meinte dich, habe ich dich gemeint? Nein, dich, dich, nein, du, du, nein, du, du, nein, dich, dich, oder hast du richtig in Ansprechung geguckt, hat du richtig in Ansprechung geguckt? Gar nicht, ne? Nein. Sondern du hattest Richtung Ansprech geguckt, du hattest Richtung Ansprech geguckt, du hattest Richtung Ansprech geguckt, richtig? Mich hast du nicht dabei angeguckt gehabt, wo du es gesagt hattest, wo du so blöd und schnippig gesagt, frech, doof, blöd gesagt hattest, nein, dich, dich, nein, du, du, nein, du, du, nein, dich, dich, nein, ich habe dich damit gemeint, nein, ich Ich meine dich damit. Nein, ich meine dich damit. Nein, ich habe dich damit gemeint. Ja. Und mich jetzt gar nicht dabei angeguckt, habe ich das richtig angeguckt, richtig? Ja. Richter Wohnungstür, richtig? Ja. Mich jetzt gar nicht dabei angeguckt, habe ich das gar nicht dabei angeguckt, sondern richter Wohnungstür, sondern du hast richtig und ernst geguckt, richtig? Ja. Und da hast du eiskalt gesagt gehabt, wo ich mit dem Namen korrigieren wollte, wo ich mit dem Namen helfen wollte, da hast du, eiskalt, Richtung Wohnungstür, Richtung Arzberg, Richtung Arzberg, Richtung Wohnungstür, noch als Antwort gegeben hat, geantwortet gehabt, gesagt gehabt und durfte Sprung losgelassen und gesagt gehabt, erwähnt gehabt, nein, dich, dich, nein, du, 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 nein, du, du, nein, dich, dich, nein, ich habe dich damit gemeint, ich meinte dich damit. Und du? Nein, ich habe dich damit gemeint, nein, ich meinte dich damit, nein, ich meinte dich damit, nein, ich habe dich damit gemeint, ne? verstehe es wieder alles verkehrt ich weinte wurde das gesagt hat ist wo ich die mit namen korrigieren wollte ich mit namen helfen wollte wo du es trotzdem ganz blöd frech durfte spruch erwähnt losgelassen gesagt ist nein du du nein dich nein duch ich nein du du nein du du nein dich ich nie habe ich damit gemeint nein ich gwitte ich damit nein ich bin ich damit nein ich habe dich damit gemeint das hast du das hat es so richtig wohnungstur gesagt hat das heißt so richtig an 36 gesagt habt und ich meine richtung gesagt gehabt dass du das hattest du meiner 1979 gesagt gab das hat es nur nicht meine richtung gesagt gehabt, das hattest du nicht in meiner Richtung gesagt gehabt das hattest du in meiner Richtung nicht gesagt gehabt sondern in Richtung Wohnungstur hast du es gesagt gehabt in Richtung Wohnungstur hast du es gesagt gehabt in Richtung Wohnungstur hast du es gesagt gehabt richtig wo ich mit einem Namen korrigieren wollte wo ich dir mit einem Namen korrigieren wollte wo ich dir mit einem Namen helfen wollte wo ich dir mit einem Namen korrigieren wollte wo du trotzdem doofe, fläche, blöde Antwort gegeben gesagt hattest, geantwortet wo du trotzdem eine blöde, doofe, frechne Antwort gegeben, geantwortet, gesagt hattest und spruchlos losgelassen hattest, erwähnt hattest, nein, dich, nein, du, nein, dich, 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 nein, dich, nein, 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 nein.